Ja, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir den Preis rüberkommen haben. Ein wunderbarer Preis, wo wir sehr stolz sind darauf und wo alle Mitarbeiter stolz sind darauf. Das zeichnet uns aus, dass wir mit unseren innovativen Produkten ein Kundenbedürfnis treffen und dass die Kunden der Migros, die unseren Käse kaufen, immer einen genussvollen Moment zu Hause erleben dürfen.